ein medikit 650 mark sehr gut kann man sich nicht die bessere waffe leisten noch ein paar nachladen speichern noch mal auf vier stück ich erwähnt dass die musik von dem spiel ach der hüßel nicht mehr aus das verstorbt bleibt mir dank bevor der mehr weg stirbt ein ps2 game kam früher ja ich habe keine ahnung mehr wie viel die kostet die spiel früher top 100 mark führen 100 mark führen normale spiele oder so ich weiß es nicht mehr ehrlich gesagt und unsere landes labern die 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 mal mehr HP. Was ist das? Oh. Nun zu dir, du kleine Ratte. Nein, 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 wartet. Wir können über alles reden. Ich kenne Mammut echt. Ich schwöre auf mein Leben. Ich schwöre lieber auf was anderes. Du hast gedacht, und da haben die keine zwei Minuten mehr was. Bitte, bringt mich nicht um. Ich will euch an. Ihr Geld wollt, ihr Stoff. Ich besorge euch alles. Fressblei, du verlobten Stück Scheiße. Halt, warte. Vielleicht weiß er ja noch was. Lass ihn doch zumindest mal ausgehen. Bitte. Fein. Was weißt du über Mammut? Der Typ ist ein Genie. Dank der Berat war, kommt er an fast alles ran. Nuken, Waffen, einfach alles. Berat war es natürlich, die russische Mafia. Von daher, was kann man mit dem Läffeln machen? Äh, nix. Die sind einfach nur zur Deko. Das ist ein ungefährer, ähm, äh, Indiz dafür, wie lange man schon hier ist. Also, habe ich schon Kovax übernommen. Azurion hat Punkte, die ich noch nicht übernommen habe. Weil, äh, Punkte sind auch immer so ein bisschen, finde ich, kritisch. Weil Punkte geben dir nur, ähm, 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 ähm. Wenn du nur im, im, hier bist, so, im, halt, nicht aktiv dann, oder dabei bist und dann einfach auf dem Stream lurkst oder so, kriegst du Punkte. Und die Punkte kannst du bei, kannst du halt, bei meinen Streamern für Sachen eintauschen und so weiter. Und da sehe ich das Problem, dass die Leute dann halt, digital ist schon so gleich, hehehe. Da sehe ich dann das Problem, dass die Leute dann halt nicht wegen der Punkte herkommen, um sich dann halt Giveaways zu erschleichen oder Spielewünsche und so was. Ja, ja, oder Musikwünsche, ne, und da herkennen wir. Oh. Um, wie, gleich und zu dieses Manfleisch. Dann kaum. Jetzt kommen wir, unschön, schmerzt, anhand man mich deshalb vorgestern oder so, aber wir sagen jetzt wirklich mal ganz eine Stunde vorgestern. Wo finden wir den? Das weiß gerne so genau. Er mischt überall mit, ist aber verdammt scheu. Das war die falsche Antwort, du Wichser. Spuck aus, wo wir den Penner finden, sonst knallt's. Hört zu, im örtlichen Bordell arbeitet irgendeine Schlampe an der er wo hängt. Sie hat Sandy. Wenn irgendwer weiß, wo er steckt, dann sie. Fragt nach Sandy und wenn der raufmuckt, sagt ihr Kahn, der hat euch geschickt. Und das sollt ihr glauben? Nachher scheißert er uns wieder an, so wie vorhin. Wer? Wer, du verarscht uns, ich schwöre dir. Wir zerlegen dich wie ein verdammtes Machtschwein. Nein, mehr weiß ich wirklich nicht. Ich schwöre auf meine Mutter, auf alles, was mir heilig ist. Das ist alles. Tja, ich glaube ihm nicht. Aber das ist die einzige Schwur, die wir so weit haben. Briefen wir es nach. Gut, dann lass uns gehen. Und du kannst zum Glück sagen, dass du so kooperativ warst. Und lass dich am Leben. Aber sollten wir dich noch mal sehen, hast du ein Loch mehr im Schädel. Nein! Nein! Wofür das denn schon wieder? Das wäre nicht möglich gewesen. Ja, Stella ist so ne kleine Psychopathen-Fotze. Ähm, sag ich mir das Wort. Aber ich glaube in diesem Spiel ist das angebracht. Und sie ist wirklich ein bisschen sehr psychopathisch veranlagt, das Mädel. Von daher nicht drüber wundern. Was? Die Ratte hätte uns doch sofort an die Mafia verpfiffen. Und als hätte er deine erzählen sollen, kannte er unsere Namen, unsere Sichter. Pff, scheiß doch drauf. Diese Gangster sind doch eh nur ungetiefer. Glaub mir, jeder würde uns dafür katholieren. Nein! Stopp! Nein! Wenn sie bewaffnet sind, okay. Will sie uns angreifen? Okay! Aber das war's. Du... Du hattest deine Rache. Aber jetzt ist Schluss. Du musst sofort aufhören, sinnlose Leute umzubringen. Gefällt dir? Hallo, äh... Charakterlich ist es schon einer der tiefsten Charaktere. Aber ich mag es ja wirklich nicht. Ich... dummes Arschloch. Ha? Was hat das geheult in uns schon wieder? Ich mein, wen interessiert's? Dieser Typ war doch nur Abfall. Du kleines, verwöhntes Muttersinnchen kannst die Straßen nicht. Wenn du hier nicht durchgreifst, bist du erledigt. Und schreib mir nie wieder... äh nie... nie wieder vor, was ich zu machen hab. Ach, könnt ihr euch später die Kaffee einschlagen? Wir haben ja was zu tun. Boah. Boah. Ich muss aufstoßen. Ich hasse das. Ich hasse was trinken. Ja, ich trinke irgendwas Milch. Ich wohne dann... Das ist normal. Ja. Geh mir besser. kassen schlüsse halten sonst noch jemand ein adrenalin ist 350 mark ist gut so es reicht nicht nur hier wahrscheinlich genau so wurde ich es auch noch nicht hin ich will erst mal die waffe und das modell ist glaube ich hier das modell habe ich jetzt mal zum bahnhof und guckt erstmal in welchem bereich der stadt der typ war der die waffe verkauft oder ins kiel besser gesagt weil es gehe ich doch schon ziemlich gut gebrauchen und das wird für 5.000 mal ohne schlüssel bekommen für die roten truen bekommen den roten schlüsse später noch daher der stadt irgendwo wusste was nicht er hat ernsthaft in welchen bereich der stadt das war ist irgendwas ich vergessen habe mal wieder rollung biet webseite wo ich die spielzeit retten kann und das bräuchte fürs ende am ende wird die bewertung vom spiel ich glaube ich habe das im backlog drin gott so weischt ja gut da sind schon haben wir sagen noch nicht gespielt aber das ist jetzt nur die spielzeit auch von von mikey mit drin eben geht man stimmt gleich trau kann das sein so die komische arbeitsalltag interessiert mich nicht stadt waren wir ja schon ne findest du das spiel bisher also ich hab's ja komplett ich hab's ja bisher kommt ich hab's ja bei screen mikey g das ist ein apg merkel ist aber es ja schon komplett gesehen und ich finde es sehr sehr gut es übertreibt es war manchmal wirklich mit den ähm sequenzen was so brutalität und so weiter angeht aber es hat eine wirklich gut erzählte ist dichte story die charaktere sind sehr gut ausgearbeitet und es hat auch so ein leicht das heißt das wir nicht spoilern also es hat einen blot ist den man jetzt nicht unbedingt von so einem spiel ja erwarten würde das ist ja schon relativ eigentlich realistisch gehalten ist okay nach 4000 uhr die entscheidung keine seriennummer kann also auch nicht zurückverfolgt werden viel vergnügt mit dem schieß also das hat das maxime volle schrotladung 82 mp doppelte schrotladung für alle feine ist mega geil ist die die waffe also von daher auswählen natürlich auch einiges aber ist mega geil dann von daher so ist es in die oststadt so gesagt ich kenne das spiel schon mich ist kein spoiler ich werde auch euch nicht spoilern von daher zu dem zeitpunkt wo ich das stream projekt angefangen habe kann sich das spiel noch nicht komplett ist aber schon weichen her und ich bin übungs von typen der weltclub heißt der hat auch schon zwei andere spiele gemacht drei andere spiele hat er gemacht dass er ist nicht unbedingt unbeschriebenes blatt was das angeht wobei nicht alle spiele von ihm auch wirklich gut waren das erste was er damals gemacht hatte der flasch bitches and violence das war eher so naja das hatte wirklich teilweise ein bisschen sehr komisch übertrieben mit 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 sachen naja türsteher hey stopp mal was glaubt ihr wo ihr hingeht dann schickt uns und müssen wir entsprechen so lang gibt es nicht kam mit solchen gestalten ab ihr könnt mir anders verschaukeln fein ich will es keine ausrichten muss sicher gehen dass ich dein gesicht nicht vergesst wenn ich das nächste mal mit ein paar seiner leute wiederkommen na gut dann geht eben rein ihr rotz nasen okay entschuldigen sie aber okay das ist ein standard die loge ja bitte tony wir wollen mit sandy reden sandy hm wie heißt er überhaupt und der zum geier hat euch reingelassen wir kommen in karls auftrag und nicht zum vergnügen also spannen uns nicht zu lange auf die folter tja ist ja gut ich lasse nachher schicken und da kommst du ja übrigens an den stil der felssatz muss man sich natürlich ein bisschen gewöhnen wo moin marcos hallo ist doch richtig geschrieben abend okay herr von neustreisen wollte mich sprechen wie heiß du bist sandy wir müssen mit mammon reden er ist es ist sehr wichtig ne menge leute wollen mit mammon reden so viele leute und so wenig zeit könnte er keine ausnahme machen wir haben auch geld und auch aber vielleicht müsstest du aber vielleicht möchtest du dann geht ja bei mir lassen schätzchen ähm ja also naja pass auf schätzchen schätzchen mammon könnte meinen typen namens kaleb ach ja genau so hieß der typ ja äh war zufall äh äh Markus kurz ne frage ich glaub du kennst ja das hast du schon die folgen von 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 Michael geguckt bis zu dem Punkt wo wir grad sind ansonsten fass ich die story immer eben schnell zusammen auch wenn das rein zu schnell zusammen zu fassen geht weil es ziemlich komplex eigentlich ist oder für so eine RPG-Maker spiel ich ziemlich komplex von daher